Am Freitag kommt die britische High Society für die Hochzeit des Jahres zusammen. Olivia Hansen und Hugh Gruner sagen Ja. Doch Karte wird fehlen. Wenn sich Hugh Gruner, 33, und seine Olivia Hansen, 31, am Freitag in der Kathedrale von Chester das Ja-Wort geben, schaut die britische High Society zu. Eine enge Freundin fehlt jedoch auf den Zuschauerplätzen. Prinzessin Kate, 42. Wären die Umstände anders, würde Kate sich die Pompös-Hochzeit nicht entgehen lassen, vermuten Experten. Doch die an Krebs erkrankte Prinzessin konzentriert sich nach wie vor auf ihre Gnäsung. Kate will nicht die Show stehlen. Die Bild will zudem von einem Palastmitarbeiter erfahren haben, dass die Prinzessin von Wales zwar bei Kräften wäre, um an der Hochzeit teilzunehmen, aber sie wolle ihrer guten Freundin Olivia die schon nicht stehlen. Es wäre nämlich Kates erster Gang in die Öffentlichkeit seit Monaten. Dies würde laut der Quelle zu sehr vom Brautpaar ablenken. Der Ehemann von Prinzessin Kate und zukünftige König, Prinz William, 41, wird der Hochzeit allerdings beiwohnen. Er hat sogar eine wichtige Aufgabe während der Feierlichkeiten, er ist der Platzanweiser. William und der Bräutigam sind schon lange befreundet. Jurova ist außerdem der Patenonkel von Prinz George, 10. Auch Olivia Hansen und Prinzessin Kate sind gut befreundet. Die beiden Frauen sehen sich nicht nur äußerlich ähnlich, sie haben auch sonst einige Gemeinsamkeiten. So besuchten sie etwa beide das renommierte Marlboro College und schlossen beide ihre Ausbildung mit Bravour ab. Danach studierte Kate Kunstgeschichte an der St. Andrews University in Schottland, während Olivia hispanistik und italienisch am Trinity College in Dublin studierte. Außerdem teilen sie die Liebe für Tennis und Schwimmen, die Natur und das Engagement für psychische Gesundheit bei jungen Menschen. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020